Was ist der Unterschied zwischen den Böden der konventionellen Landwirtschaft und der Boden hier in meiner Permakultur? Genau, mein Boden ist voller Leben, arbeite auch schon seit Jahren daran und dieses wunderbare Hausmittel hat mir hier dabei geholfen. Das sind meine eigenen effektiven Mikroorganismen. Diese habe ich selber hergestellt, am Ende des Videos mehr dazu und sie gehören zu einem wichtigen Bestandteil in meinem Projekt. Kurz gesagt, effektive Mikroorganismen sind eine Mischung aus Bakterien, Pilzen und anderen Mikroben, die zum Beispiel organisches Material zersetzen, die Bodenstruktur um einiges verbessern und hier den Humusaufbau dementsprechend fördern. Dadurch können eure Pflanzen viel besser Wurzeln, werden auch um einiges kräftiger und diese Mikroorganismen sorgen auch dafür, dass ihr ein Gleichgewicht von einem Mikrobenmilieu in eurem Böden habt, wodurch dann auch Pflanzenkrankheiten um einiges reduziert werden. Das ist besonders wichtig, wenn ihr mit Grasschnitt als Milch arbeitet, denn das hier reduziert die Schimmelgefahr. Und das Pflanzenwachstum wird enorm unterstützt, wegen der Endozytose. Das heißt, eure Pflanzen können über ihre feinen Wurzeln, auch gröbere Partikeln komplett überstülpen. Das gilt auch für diese Mikroorganismen, die nehmen sie auf und dann tut sich die Mikrobe dem pflanzlichen Organismus unterordnen und übernimmt da zum Beispiel Aufgaben. Also als Beispiel, die Mikrobe wird dann zur Chloroplaste und übernimmt dann hier als Farbstoff Chlorophyll hier die Photosynthese. Ich nutze die kleinen Helfer als Starter für meinen Bokashi, als Starter für meinen Kompost, um meinen eigenen Urin zu fermentieren. Oder ich begieße hier zum Beispiel meine Jungpflanzen, die ich frisch in den Tunnel reingesetzt habe und tue halt hier das effektive Mikroorganismen 1 zu 10 mit meinem Gießwasser vermischen. Wichtig dabei ist, dass die Mikroben UV-empfindlich sind. Das heißt, entweder in den Morgen- oder Abendstunden, wie sie gießen, wenn es bewölkt ist oder auch am besten, wenn es regnet. Und bevor jetzt wieder einige in den Tasten hauen und meckern, dass man sich wieder was kaufen muss, nein, musst du nicht. Man kann sich diese effektiven Mikroorganismen ganz einfach selber herstellen. Du brauchst einfach nur einen Haupt- oder Ursprungsstamm, dazu kannst du Sauerkrautsaft nehmen, Brottrunk, Kimchi, Riovelac oder auch Rohmilch. Eventuell nimmst du noch ein bisschen Erde vom Wald, misch das da auch nochmal mit dazu. Dann schnappst du dir einen Kanister, den du luftdicht verschließen kannst, am besten für Lebensmittel geeinigt. Kippst dann hier ungefähr einen Liter von dem Urstamm mit rein. Gibst dann in den etwas Futter, wie zum Beispiel Melasse oder auch Honig und füllst das Ganze dann mit Wasser voll. Das lässt du dann sechs Wochen bei 25 Grad vor sich hin fundamentieren und fertig ist dein neues Hausmittel, was du sowohl im Garten anwenden kannst, als auch im Haushalt zum Putzen oder wenn du Darmprobleme hast, als Innenanwendung. Jetzt muss ich leider Schluss machen. Bei so vielen Spartipps könnte das schon fast eine Finanzberatung sein. Von daher, wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Gerne auch in die Kommentare schreiben, ob du auch schon selbsteffektive Mikroorganismen selbst herstellst, beziehungsweise wo du sie auch alles anwendest. Gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Dann findest du noch zu meinen Linken noch weitere interessante Videos von meinem Permakulturprojekt. Und sonst freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen.